Man sieht hier oben tatsächlich nichts, aber ich nehme an, Sie sind da. Ja, vielen Dank für diese freundliche Aufnahme, für diese freundliche Einleitung auch. Ich bin ganz beeindruckt von den Vorträgen gestern und heute. Ich habe viel gelernt über Editorial Design, die heutigen Trends, die heutigen Probleme vielleicht auch. Und ich hoffe, dass es mir jetzt gelingt, Sie für die Vergangenheit ein bisschen zu interessieren und Sie im Anschluss an Horst Moser jetzt nochmal vielleicht etwas geballter sogar noch in die Vergangenheit des Grafikdesigns einführen zu dürfen. Ich zeige Ihnen zum Teil sogar ganz nette Arbeiten, das ist ein Selbstzitat von Herbert Bayer. Wir sprechen also über die Zeit zwischen den Kriegen mit einem Schwerpunkt auf der Gestaltung von illustrierten Zeitschriften. Meine erste These wird sein, dass Herbert Bayer in seinen grafischen Entführungen der Pionier einer modernen Bildsprache war, eine Bildsprache, die ihrer Zeit locker um 20 Jahre raus war. Ich werde diese These aus der Anschauung von ausgewählten Arbeiten von Bayer heraus entwickeln. Meine zweite These, um die ist mir heute ein besonderes Anliegen hier, meine zweite These geht allerdings darüber hinaus, sie widmet sich der Person Bayers. Zum Teil sogar ganz nette Arbeiten, legt schon nahe, dass das die Ausnahme war, dass der Regelfall der anderen Teil eben gar keine netten Arbeiten waren. Ich werde deswegen in der zweiten Hälfte von meinem Vortrag verstärkt auf den historischen und politischen Kontext eingehen und das ist das Akademische, was Herr Kochan ja schon angekündigt hat. Es geht mir insbesondere um die Zeit zwischen 1933 und 1938, in der Herbert Bayer, der ehemalige Bauhausmeister, in der Herbert Bayer ein durchaus schwieriges Arrangement mit der faschistischen Staatsmacht gefunden hatte, bis zu seiner endgültigen Emigration 1938. Ich will diese beiden Thesen jetzt eingangs an zwei seiner berühmten, fast schon ikonischen Zeitschriften-Cover illustrieren, die auch die fragliche Lebensphase ein bisschen begrenzen. Zum einen seine preisgegrünte Arbeit für den Umschlag der Bauhauszeitschrift von 1928, hier links, und zum anderen sein Cover für Harpers Bazar von 1940, kurz nach seiner Emigration in die USA. Ja, ich nehme das jetzt gleich wieder weg, aber beide werden wiederkommen, ich verspreche es. Herbert Bayer, im Jahr 1900 geboren, war als 21-Jähriger aus seiner österreichischen Heimat ans Bauhaus gekommen. Er hat vorher schon verschiedentlich im Bereich der Plakat- und Reklamekunst gearbeitet, und obwohl er sich zeitlebens als bildender Künstler, also als Maler, Architekt, Bildhauer usw. verstand, trotzdem blieb das Grafikdesign, immer das Gebiet. Und, dass er zwar wenig liebte, einmal nannte er es mein Reklame-Fegefeuer, aber das ihm seinen Ruhm und sein Auskommen sicherte. Auch hier sehen wir also das, was wir gestern schon hatten, das Spannungsverhältnis von freien und angewandten Arbeiten. Am Bauhaus hat er sich schnell in Richtung des Meisters Laszlo Molinoc, eines ungarischen Konstruktivisten, orientiert. Der hat sein Talent ziemlich schnell erkannt und Bayer dann zum Jungmeister und später Leiter der Reklamewerkstatt im Bauhaus befördert. In der Zeit kann Bayer als einer der prominentesten Verfechter der sogenannten Neuen Typografie gelten. Herbert Bayer und die Neue Typografie, das wäre ein eigener Vortrag. Ich zeige Ihnen hier nur exemplarisch zwei weniger bekannte Zeitschriftencover von ihm aus der Zeit. Links sein Entwurf für die Zeitschrift Schlesisches Heim, der durchaus modernistischen Wohnungsfürsorgegesellschaft in Oppeln und rechts eine eher typografische Lösung für das Mitteilungsblatt der jungen Bühne im Friedrichtheater Dessau, Titel Die Brücke. Beide um 1928 erschienen, beide, und ich gebe das zu, kommen in diesem Vortrag vor, weil ich versuchen will, Horst Moser was zu zeigen, was er noch nicht kennt. Wir sehen an beiden Arbeiten das Typische der Neuen Typografie, die Verwendung von Versalien, klare Organisation der Fläche, serifenlose Type, links noch die Diagonale als Ordnungsprinzip, besonders beliebt bei Neuen Typografen, um Spannung zu erzeugen. Dieses berühmte Porträtfoto von Herbert Bayer hier rechts, das er auch später immer wieder für seine Selbstverständung verwendet hat, wurde von seiner Frau Irene aufgenommen. Es zeigt Bayer am Arbeitstisch in Dessau, wo er die Druckvorlage für einen Faltprospekt eigenhändig aus Text- und Bildelementen in einem Raster zusammenklebt. Die Aufnahme aus dem Jahr 1926 verdeutlicht gleichzeitig das Profil eines vollkommen neuen Berufsbildes, in dem ein Grafikdesigner eben nicht nur Entwürfe gezeichnet hat, die dann später von anderen umgesetzt wurden, sondern der auch alle weiteren späteren Schritte der Umsetzung kontrolliert. Es steht heute quasi als Schlüsselbild für eine Ära, in der noch keine visuellen Prototypen existiert haben, um den Beruf des Grafikdesigners irgendwie zu veranschaulichen. Und dieses Porträt von Bayer, obwohl in seiner Zeit zunächst überhaupt nicht veröffentlicht, hat geradezu ikonografische Qualitäten später dafür gehabt, eben diesen Beruf zu visualisieren. Bayer hat sich 1928 entschlossen, gemeinsam mit Moholy, Gropius und Breuer das Bauhaus zu verlassen und in der Hauptstadt in Berlin zu arbeiten. Er hat, um diesen Start in der Praxis nach der Zeit am Bauhaus möglichst gut vorzubereiten, das erste Heft der Bauhauszeitschrift 1928, das Sie hier links sehen, gestaltet. Es war am 15. Februar, gut einen Monat nach seinem Kündigungsschreiben. Es war im vollkommen neuen DIN A4-Format damals. Es war quasi eine der ersten DIN standardisierten Zeitschriften und mit einem komplett neuen Layout. Es hat eine Auflage von 3000 Exemplaren, die das Bauhaus an die Avantgarde im In- und Ausland verschickt hat. Und dieses Heft hat eben auch Herbert Bayers berühmte Umschlagmontage in Form einer Fotoplastik in die ganze Welt verschickt und so zu seinem Ruhm beigetragen. Er kombiniert, wenn Sie das mal genauer anschauen, eine gefaltete Ausgabe von 1927, als die Zeitschrift noch in einem großen Zeitungsformat erschienen war, mit einigen Utensilien des Gebrauchsgrafikers und mit geometrischen Objekten. Sie erkennen, was man auch aus dem Bauhaus kennt, Kugel, Kegel und Hubus. Und so etwas findet sich nicht von ungefähr im Logo der TGM, auch wieder, wie ich mir heute habe, versichern lassen. Er kombiniert also diese Elemente zu einem komplexen Arrangement aus Form und Schatten, das auch eben einige Symbole der Bauhausarbeit in sich vereinigte. Und anlässlich der bedeutenden Ausstellung in New York, Foreign Advertising Photography, 1931, wurde Bayer mit dem ersten Preis ausgezeichnet für diesen Entwurf, obwohl er eigentlich gar kein Fotograf war und auch dieses Foto gar nicht gemacht hatte. Aber er hatte diesen Preis eben als einen Grafikdesigner bekommen und er hat damit so renommierte Fachkollegen wie Man Ray, André Kertesch, Germain Krühl, Paul Skuitema, Pizward oder seinen früheren Lehrmeister Moly Notch hinter sich gelassen. Sein Schritt in die Unabhängigkeit, in die Selbstständigkeit, führt ihn aber auf ein anderes Gebiet und deswegen stehe ich heute auch hier, nämlich in die Zeitschriftengestaltung. Bayer erzählt selbst später, Sie können selbst entscheiden, was daran Legende eines alternden Mannes ist, er hat es in den 70er Jahren gesagt. Aber tatsächlich war im April 28 in Berlin die erste Ausgabe der Deutschen WOG erschienen als ein Versuch, das erfolgreiche Konzept einer Kulturzeitschrift mit Schwerpunkt auf gehobener Mode, dieses Konzept, das in England und Frankreich hin erfolgreich exportiert wurde, auch auf einen weiteren prosperierenden Markt, nämlich auf Deutschland zu übertrauen. Die Agentur Dorland hat in Bürogemeinschaft mit Condé Nast immer die alleinige Anzeigenvermittlung für alle nationalen Fassungen der WOG wahrgenommen und deswegen wurde auch 1928 die Deutsche Dorland gegründet. Und die Auflage der Deutschen WOG betrug im Herbst 28 nach offizieller notarieller Festlegung ungefähr 35.000 Exemplaren. Noch bis Mai 1929 präsentierte sich die Deutsche WOG in einem relativ konventionellen Design mit geringem Spielraum für Innovationen im Sinne der neuen Typografie. Sie sehen ein Beispiel hier. Wenn Bayer für sich reklamiert, er habe die Page-Layouts für die Deutsche WOG erstellt, dann schlug sich dies erst in den Ausgaben ab Juni 1929 nieder, in denen eben dann die von ihm bekannten serifenlosen Schriften, der asymmetrische Satz und der Verzicht auf Rahmen und allerlei anderen Zierer, den man so kannte, zugunsten von Weißflächen erkennbar werden. Dieser Relange trägt zwar deutlich die Handschrift Bayers, aber seinen Namen sucht man in der Deutschen WOG vergebens, denn der Art Director war den Herausgebern keinen Eintrag im Impressum wert. So etwas könnte man heute mit einem Mike Murray sicher nicht mehr machen. Und wenn Herbert Bayer in einem Fragebogen von Walter Gropius seine eigene Tätigkeit mit 1928 bis 1930 künstlerische Leitung der Gesellschaftszeitschrift WOG angab, dann diente das wohl eher der Schließung von Lücken im Lebenslauf, denn tatsächlich scheint Bayer nur für fünf Hefte und damit kein halbes Jahr die Deutsche WOG gestaltet zu haben. Nach der Schließung, und da mache ich jetzt eine lange Geschichte ganz kurz, sollte Bayer als künstlerischer Leiter des neuen Dorland-Studios, des von Grandinast unabhängigen Dorland-Studios, selbstständig und eigenverantwortlich ein Studio leiten. Auch dies war in Berlin dieser Zeit durchaus etwas Neues. Einer der ersten und zugleich öffentlich sichtbarsten Aufträge, den Bayer mit seiner persönlichen Signatur versehen konnte, hat ihn im März 1930 ereilt. Die Gestaltung von Umschlagseiten der modernen Modezeitschrift Die neue Linie. Im Frühjahr 1929 schon wollte der Leipziger Bayer Verlag sein Flaggschiff, die Zeitschrift Frauenmode, einem grundsätzlichen Relange unterziehen, um im Segment der elitären Gesellschaftsmagazine, eben à la WOG, zu regissieren. Dieser Markt war in Deutschland auch durch die Einführung der deutschen WOG in Bewegung geraten. Und deswegen hat der Verlag auch sein Flaggschiff Frauenmode als die neue Linie angekündigt. Aber wie kommt ein Verlag aus Leipzig, der bislang eher durch biedere Modeheftchen gerade nicht aufgefallen war, Wie kommt so ein Verlag plötzlich auf die Idee, ein für seine Verhältnisse so radikales Experiment wie das mit der neuen Linie zu unterstützen? Das hängt, wie so oft, an einzelnen Personen, in diesem Fall nicht an Herbert Bayer, sondern an einer anderen ehemaligen Bauhäuslerin, Irmgard Sörensen-Probitz. Man würde sie aufgrund dieses Fotos sicherlich nicht als Fashion-Victim vermuten. Sie war auch nur sehr kurz am Bauhaus, aber dieses eine Jahr war für sie prägend. Sie war Konglitonin von Schichold in Leipzig gewesen. Sie ging dann zu Morley Notch ans Bauhaus. Dort hat sie wohl auch Herbert Bayer kennengelernt. Jedenfalls stammt aus Sörensens privaten Nachlass dieser kleine Schnappschuss, den sie gemeinsam mit Bayers Frau Irene zeigt, anlässlich einer Tagung der Gebrauchskrafiker im Bauhaus in Dessau. Sie erkennen den charakteristischen Einnahmen. Aber Sörensens Wurzen lagen in Leipzig, sie war dort auch verheiratet. Sie ist nach ihrer Bauhausepisode auch dort wieder hingezogen und sie wurde dort so etwas für eine Art Directorin im Bayer Verlag, bevor es diesen Beruf überhaupt gab und dies als Frau. Sie war es, die 1929 zuerst Morley Notch den Job vermittelt hat, das Flaggschiff des Bayer Verlags, eben die mondäne Zeitschrift Frauenmode neu zu gestalten. Morley Notch unterhielt ein Büro in Berlin. Er war dort im engen Kontakt mit Bayer geblieben und sein Umbruch war radikal, den er gestaltet hat. Nicht nur der Titel der Frauenmode änderte sich in die neue Linie, das Logo war jetzt in Kleinschreibung und in der Universalschrift von Herbert Bayer gehalten. Die Titelbilder waren jetzt auf Typofotos oder Montagen, das Heftinnere eben nach dem Prinzip der neuen Typografie angelegt, wieder klare Formen und Linien, das was Herr Moser so mag, kein Zierrad, der Mut zur weißen Fläche, asymmetrische Anordnungen, großformatige Bilder, oft angeschnitten und vieles mehr. Dass nicht Herbert Bayer diesen Auftrag erhalten hat, der mit Popitzens persönlich bekannt war und dessen Firao Irene längere Zeit bei Dr. Popitz auch in Behandlung war. Dass Bayer nicht zum Zuge kam, mag daran gelegen haben, dass er zu dieser Zeit offiziell noch für die Konkurrenz der deutschen WOC gearbeitet hat und deswegen kaum verfügbar gewesen sein dürfte. Bis 1933 hat Mordel Jönotsch noch neun weitere Umschläge und einige Typofotos für das Innere gestaltet. Wesentlich prägender erwies sich dann später aber ab 1930 Herbert Bayer. Er war der wesentliche Umschlaggestalter, der zwischen 1930 und 1938 insgesamt 26 Entwürfe geliefert hat, also drei pro Jahr oder ein Viertel aller Umschläge in dieser Zeit. Es ist noch unklar, wie genau das Verhältnis zwischen dem Berliner Dorlandstudio, das Bayer geleitet hat, und der neuen Linie in Leipzig beschaffen war. Ob Bayer über die punktuelle Zusammenarbeit für diese Umschläge, die Sie hier sehen, kontinuierlich an der Gestaltung der neuen Linie beteiligt war, das würde ich allerdings bezweifeln. Dazu waren in dieser Zeit die Abstände dann noch zu groß, die rein räumlichen Abstände. Aber tatsächlich kann man die Bedeutung der neuen Linie als das gelungene Beispiel, bei dem der Bauhausmoderne tatsächlich der Übergang in die Produktwelt einer breiten Öffentlichkeit gelungen ist, diese Bedeutung kann man kaum überschätzen. Die neue Linie ist tatsächlich das einzige Periodikum vom allgemeinen Interesse und mit einer breiten Öffentlichkeitswirkung, das von dem ehemaligen Bauhausmeister, Laszlo Molinocz, konzipiert und an dem der bedeutendste Reklamegestalter, heute würde man sagen Kommunikationsdesigner des Bauhauses, Herbert Bayer, maßgeblich beteiligt war. Bayer selbst hat nach seiner Zeit bei Vogue nie mehr die Verantwortung für eine komplette Zeitschrift übernommen. Mit einer Ausnahme, aufpassen Herr Moser. Das Berliner Fotostudio Alatelier Binder hat ab 1932 in loser Folge eine kaum bekannte Firmenzeitschrift namens Die Gesellschaft publiziert. Sehr ambitioniert für eine Firmenzeitschrift, Die Gesellschaft. Die Ausgaben waren im trendigen A4-Format laut Impressum von Herbert Bayer, Studio Dorland gestaltet. Der Fokus ist auf handwerklich gute Fotografie aus dem Atelier Binder, nämlich Gesellschaftsfotografie, deswegen der Titel Die Gesellschaft. Dies dürfte Bayers Vorstellung von dem modernen Layout sehr nahe gekommen sein. Besonders radikal war er aber bei den Umschlägen. Die Umschläge haben nämlich fast ausschließlich aus monochromen Flächen bestanden. Hier noch ein zweites Beispiel aus dem Jahr 1933 und welche Kämpfe das damals mit dem Inhaber des Studios waren, der sicherlich gerne manche seiner wunderschönen Fotos auf dem Titel gesehen hätte, wage ich heute nur noch zu ahnen. Ich komme damit, es ist Halbzeit, zum zweiten Teil meines Vortrags. Wir sind im Jahr 1933 und für die Frage, wie das Leben für den früheren Bauhäusler Herbert Bayer weiterging, werde ich jetzt gerne wieder zur neuen Linie zurückkehren. Es mag Sie zuerst vielleicht erstaunen, dass die neue Linie, geleitet von dem Chefredakteur und damals sogenannten Halbjuden Bruno E. Werner, dass diese neue Linie auch unter dem faschistischen Regime nahezu bruchlos fortgeführt werden konnte. Natürlich sind sie genauso wie ich mit der Tatsache vertraut, dass die Nazis sofort eine Gleichschaltung des Mediensystems, insbesondere der Presse, angestrebt haben. Das Propagandaministerium unter Goebbels war insbesondere darum bemüht, die politische und aktuelle Berichterstattung zu kontrollieren und zu lenken. Aber, und jetzt kommt das Aber, im Bereich der Unterhaltung war die Zensur weniger ausgeprägt. Im Gegenteil, dieses scheinbar harmlose Feld schien wie geschaffen dafür, um die Fiktion eines funktionierenden Geisteslebens aufrechtzuerhalten. Die neue Linie erfüllte auch in ihrer Modernität eine wichtige Funktion für das Regime. Sie verkörperte eben auch die nationalsozialistische Modernität, Weltläufigkeit, kulturelle Toleranz, aber auch die Überlegenheit der deutschen Gebrauchsgrafik. Zu bedeutenden Anlässen wie der Olympiade 1936 entstehen opulente Sonderhefte, die von der Staatsmacht mitfinanziert und als PR-Maßnahme an die Besucher aus dem Ausland verteilt wurden. Auf diese Art und Weise wurde die grafische Formsprache des Bauhauses auch zur offiziellen Repräsentation benutzt. So sehr uns dies heute vielleicht verwundern mag. Und zwar, dies nur als kleines Indiz, bis zur Einstellung 1943, denn so lange blieb Moholy-Notchs Basis-Layout, unveränderte Grundlage. Und so lange blieb auch Herbert Bayers in Bauhausschrift gesetzter Kopf an den deutschen Kiosken zu kaufen. Die neue Linie hat den Geist der neuen Typografie in einem zwar abgeschwächter, aber immer noch wirkungsvolle für die intellektuelle Oberschicht akzeptable Kioskware überführt. Und hier kommt Herbert Bayer ins Spiel. Der ja, wie Sie vielleicht wissen, beispielsweise auch für die großen Propaganda-Ausstellung des Reichs aktiv war. Zunächst scheint es ein Rätsel, wie noch nach 1933 so unverhohlen moderne, zuweilen surrealistische Umschlagzeichnungen an den deutschen Kiosken verkauft werden konnten, wie eben diese. Aber mit 1933 und der faschistischen Diktatur kam tatsächlich nicht plötzlich die kulturelle Nacht über Deutschland, wie es oft verkürzt dargestellt wird. Natürlich, man hat sich um Gleichschaltung bemüht, aber weder war die von jetzt auf nachher realisierbar, noch war sie im Sinne einer Vereinheitlichung überhaupt angestrebt. Ziel war vielmehr, und das ist jetzt verkürzt gesagt, Ziel war die propagandistische Leitung eines vielstimmigen Chors, Zitat, wie es damals in der Partei hieß. Und in diesem Chorat hatte auch die Bauhausmoderne eine Stimme. Warum? Erstens standen manche Ziele des Bauhauses, wie Rationalisierung oder Effizienz, überhaupt nicht im Widerspruch zur faschistischen Ideologie. Zweitens war man gegenüber dem Ausland immer bemüht, Repressalien zu verschleiern und zumindest den Anschein zu erwecken, es sei noch eine freie Meinungsäußerung noch möglich. Drittens musste man den Intellektuellen, die noch in Deutschland geblieben waren und nicht geflohen waren, irgendetwas Anspruchsvolles bieten, um sie nicht endgültig zu verlieren. Und viertens und letztens war schließlich das Gebiet der Gestaltung und des Designs mit seiner Zweckorientierung lange unverdächtig und weniger staatlichen Kontrollen unterworfen, als eben die meinungsbildenden politischen Quellen oder der künstlerische Ausdruck der Freie. In einem solchen System arbeitete nun also Herbert Bayer ab 1933 noch fast sechs Jahre lang, bis auch er sich zur Migration entschlossen hat. Er wirkte nicht im Vorbeugnen, ganz im Gegenteil. Er war Leiter des Studios Dorland, einer der angesehensten Gebrauchskrafiker Deutschlands mit einem eigenen, bestens eingeführten Atelier Aufträgen satt. Er blieb stets auf dem Präsentierteller des Regimes und er hat seine Bauhausvergangenheit dabei nie verschwiegen. Bayer selbst empfand aber, und das schrieb er 1934 schon in einer Tagebuchnotiz, Zitat, das minderwertige geistige Niveau, die geistige Abgeschlossenheit, die allgemeine Isoliertheit, recht bedrückend. Trotzdem galt er selbst seinen engsten Freunden als Star des Propagandaministers, wie Isegropius ihn mal mit dem Augenzwingen bezeichnet hat. Und er selbst nannte sich ironisch Goebbels anonymer Favorit. Für wieder andere, wie beispielsweise für den Bauhaus Emigranten jüdischer Herkunft Dezekiel Kirsenbaum war es Bayer, ich zitiere, in Deutschland alles piepe, die Hauptsache, als erster Nazi-Plakatzeichner zu gelten. Nein, mein Lieber, Gesinnungsschwein bleibt lump. Diese Ambivalenz, wie Sie vielleicht in beiden großgezeigten Covers und beiden letzten Sehnen schaffen, Herbert Bayer, die ist so interessant und die hat mich auch so fasziniert. Denn in seinem Bemühen um grafisch anspruchsvolle Lösungen war es für ihn auch problemlos möglich, diesen neuen Linieumschlag, seinen vorletzten vom Januar 1938, zu zeichnen. Für das Italien-Sonderheft eine Mussolini-Aprotheose mit klassischem Erbe in klassischen italienischen Nationalfarben, gestalterisch höchst überzeugend, aber letztlich doch nichts anderes als faschistische Propaganda. Ich kann hier nicht im Einzelnen auf all die biografischen Details eingehen, die es mir nach doch sehr ausführlichen Recherchen in seinem Nachlass jetzt erstmals erlauben, die komplizierte persönliche Situation von Herbert Bayer während der Zwischenkriegszeit zu erhellen. Damit möchte ich nun gern die letzte Minute meines Vortrags noch verbringen. Begleitend zu einer Ausstellung in Berlin, die ab April auch im Gutenberg-Museum in Mainz zu sehen sein wird, sind diese beiden Bücher, darauf hat Herr Moser angespielt, erschienen. Von denen eines, nämlich hier das Große, auch eine Übersicht von über 500 gebrauchsgrafischen Arbeiten Bayers aus dieser Zeit enthält. Dieses hier ist eher ein biografischer Band, aus dem ich nun einiges zitieren werde. Ich will dabei nur zwei Aspekte in der gebotenen Kürze beleuchten. Zuerst die Frage, warum sich Herbert Bayer trotz seiner Erfolge, die ich Ihnen gerade ja auch dargelegt habe, in Deutschland, dann doch zur Emigration entschlossen hat. Tatsächlich haben sich Bayers Auftraggeber vor, wie nach 1933, bevorzugt aus der Konsumgüterindustrie in einem Verlagswesen rekrutiert. Hinzu kamen jetzt noch staatliche Stellen, staatsnahe Einrichtungen. Er hat für die Berliner Messegesellschaft Drucksachen entworfen, etwa zu den Großausstellungen Deutsches Volk, Deutscher Arbeit oder Wunder des Lebens. Und es ist schon sehr spitzfändig, wie später Bayer zu behaupten, er habe damit nicht für den Staat gearbeitet. Formal ist es richtig, der Staat war nicht sein Auftraggeber. Aber die Arbeiten dienten zweifellos der politischen Propaganda und der ideologischen Unterfüderung des Führerstaates. Seine Karriere hatte schon in Deutschland ihren Zenit überschritten. Was Sie hier sehen, ist nicht Herbert Bayer. Sein Stil war zwar schon populär, wie hier die Epigonen zeigen, die er gefunden hat, aber er selbst war 1936 an der Großinszenierung des Faschistenstaates, nämlich die Olympiade, nur mit einem neuen Linietitel und dem Katalog zur Deutschland- Ausstellung beteiligt. An der Prestige- Ausstellung gibt mir vierer Zeit 1937 gar nicht mehr. Warum? 1936 hatte sich für ihn der Wind gedreht. Zum einen war schon die Barbarei der Aktion Entartete Kunst am Horizont zu sehen, da war auch ein Werk von Herbert Bayer aus der Bauhauszeit zu sehen. Er war einmal ohne Genehmigung der Behörden nach London gereist, um dort eine Ausstellung seiner Werke vorzubereiten und schließlich hatte er Ärger wegen seiner Zahlung an seine jüdische Ehefrau, die anscheinend von einem Dorland-Mitarbeiter denunziert wurden, wie es Isegropius später berichtet hat. Spätestens daran wird deutlich, und das ist jetzt mein zweiter Punkt, den ich vertiefen will, dass man ohne biografischen Hintergründe Bayers und der Menschen in seinem Beziehungsnetzwerk nicht ansatzweise verstehen kann, wie es zu diesem Werk in den 30er Jahren kommen konnte. Die Dokumente im Denver Art Museum und insbesondere seine Tagebücher und die umfangreichen Briefwechsel mit seiner Frau Irene zeigen, welch kompliziertes Arrangement Bayer getroffen hatte, um sein Leben einigermaßen im Gleichgewicht zu halten. Die amerikanische Jüdin Irene Hecht hat er schon 1925 geheiratet, schnell wird die Liebesgeschichte zu einer gemeinsamen Leidensgeschichte mit vielen Aufs und Abs. Dort spielen ungewollte Schwangerschaften, Eifersucht, unzählige Liebschaften des gutaussehenden und sportlichen, immer braungebrannten Bayer eine Rolle. Die gemeinsame Tochter Muzi, die Sie hier rechts sehen, wird in eigentlich schon aufgelöste Beziehungen hineingeboren. In gesamten 1930er Jahren bemüht sich Bayer einerseits seiner Tochter, die er über alles geliebt hat, sowas wie ein geregeltes Familienleben zu bieten. Andererseits befegt er ein ausschweifendes Privatleben, indem sein Männerfreund Willi B. Klar, den Sie hier sehen, auf dem gemeinsamen Segelschiff, und ein gemeinsamer Herrenclub mit regelmäßigen Abendvergnügungen eine Rolle spielen. Unter den schnell wechselnden Mimis und Mizis, wie seine Frau Irene sie mal genannt hat, waren Sternchen wie die deutsche Schönheitskönigin Friedel Körner. Sie sehen sie hier links im Bild. Bayer hatte einen Schlag bei den Frauen, wie es damals hieß, und vielleicht sehen Sie jetzt gleich die Filmaufnahmen, die ich vorbereitet hatte, sind, soweit ich weiß, die einzigen Bewegtbilder, die von Bayer aus der Zeit vor 38 überhaupt existieren. Ich habe die in Denver in einer alten Filmdose gefunden, und vielleicht können Sie, wenn Sie diese Bilder anschauen, ein bisschen verstehen, was diesen Womanizer Bayer ausgemacht hat. Stellen Sie sich vor, das Bankkonto gut gefüllt, regelmäßige Skiurlaube in den Bergen, Touren durch Südeuropa, ein Segelboot, ein Wagen für die kleinen Spritztouren am Wochenende, stets mit wechselnden, immer adretten Damenbekanntschaften. Auch im NS-Deutschland ließe sich gut leben für manche. Es würde zu weit führen, wenn ich dies hier alles ausbreiten würde im Detail, aber letztlich waren diese Zerstreuungen aber nicht mehr als die Kompensation für den Verlust seiner einen großen Liebe, nämlich der Liebe zu Ise Gropius, die Frau seines Mentors Walter Gropius, zu der, der er Anfang der 30er Jahre über mehrere Jahre ein Verhältnis pflegte, das wiederum hat, wie man sich leicht vorstellen kann, die Beziehung zu seinem väterlichen Freund und Mentor Gropius empfindlich belastet. Und so erklärt sich auch, weshalb Bayer, und deswegen ist es sehr wichtig, lange der übliche Weg seiner Freunde in die Immigration versperrt war, der über England in den USA, wie hätte es auf Gropius wirken müssen, wenn Bayer seiner unerfüllten Liebe gefolgt wäre, die Gropius ja gerade aus Bayers Reichweite heraushalten wollte. Privatleben und künstlerische Arbeit, beruflicher Erfolg, persönliche Niederlagen. In Bayers Biografie der 30er Jahre konzentriert sich die Zerrissenheit dieser Zeitschickschale gerade prototypisch. Ich will hier mit einem Zitat von 1937 mich jetzt dem Ende zubewegen. Ich sitze mit einem Glas Wein, aus dem ich auf euch trinke, schreibt er und dann im Nuttenpalais. Diese und die Juden sind jetzt heraus, es bleiben nur noch die Aria und der schlechte Ruf und mein Rheumatismus, den ich mir hier geholt habe, weil ich seit Jahren im Zug liege. Soll man das verändern, bevor man Amerika gesehen hat? Tatsächlich zögerte aber lange, das Zitat zu verlassen, das ihm ein angenehmes Leben und eine erfolgreiche Karriere ermöglichte. Er wollte ohne die Aussicht auf Arbeit und Auskommen den Sprung ins Ungewisse nicht wagen, auch wenn der Künstler Bayer den Alltagstrott einer Werbeagentur nur als Mittel zum Broterwerb betrachtete. Mein Reklame fiege Feuer eben. Aber 1938 schien er an der richtige Zeitpunkt gekommen. Walter Gropius hat ihm gegenüber die Hand ausgestreckt. Er hat ihm die Federführung bei einer Ausrichtung einer ersten großen Ausstellung in den USA angeboten und dieser Auftrag hat Bayer bewogen, seine Berliner Existenz aufzulösen. Für den neuen Anfang in den USA blieben ihm seine Werke, die er alle mitnehmen konnte, weil er ist regulär aus Deutschland ausgereist, nicht geflogen. Dann die Aussicht auf Stadtkapital und Anstellung und außerdem die Hoffnung, aufgrund der kommerziellen Verwertbarkeit seiner künstlerischen Fähigkeiten schnell Fuß fassen zu können. Und das seinerzeit aufsehende, erregende Cover für Harpers Bazaar mit dieser seriellen Wiederholung des Frauenkopfes und seinen in wechselnden Farben geschminkten Lippen ist nichts weiteres als Popart avant la lettre und es zeigt, wie schnell sich Bayer an die neue Kultur anpassen konnte und dabei wieder seiner Zeit um die berühmten 20 Jahre vorausrug. Aber vielleicht sein wichtigstes Kapital war der Gewissheit, dass ihn ein verlässlicher Freundeskreis früher Bauhausangehöriger nach seiner Ankunft unterstützen würde. Damit verfügte der legal unter den Augen des Regimes ausgereiste Bayer letztlich über eine bessere Ausgangsposition als viele andere Emigranten aus der Kunstwelt. Den war nämlich nach einer oft abenteuerlichen Verlucht manchmal nicht weh mehr geblieben als ein nacktes Leben wenn überhaupt. Sie sehen hier Bayer's Vermächtnis an Deutschland seine letzte hier erschienene Arbeit aus dem Oktober 1938 als er selbst schon die USA ausgereist war. Ein Zeitschriftenumschlag für das Fachblatt Gebrauchsgrafik wieder eine radikal moderne Allegorie auf seinen Beruf aber natürlich komplett naiv in der Hinsicht dass der Gestalter seiner Meinung nach das, was er über sein Auge wahrnimmt Sie sehen es hier ungefiltert in seine Hand fließen lassen sollte ohne dass das Gehirn oder gar ein politisches Bewusstsein diesen Prozess stört Bayer war ein durch und durch unpolitischer Mensch so schwer es uns auch fallen mag dies für die 1930er Jahre zu akzeptieren und so waren es schließlich auch keine politischen Überlegungen die ihn zur Ausreise bewogen haben Politik wurde für ihn immer erst dann wichtig wenn sie seinen eigenen Wirkungskreis betraf aber 1938 als Hitler den Anschluss Österreichs betrieb war die Politik eben doch in sein Leben eingedrungen der Österreicher war nämlich plötzlich vom Ausländer zum Deutschen und zum Mittäter geworden und es wurde höchste Zeit für die Auswahl erst 1972 das Ende seiner Karriere und auch seines Lebens vor Augen erst 1972 endlich notierte er in seinem Tagebuch einige Sätze die zeigen dass er jetzt im Rückblick die Ambivalenz seines Daseins in den 30er Jahren erkannt hatte Opinions and Direction. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse und ich erlaube mir, noch mal nicht nur auf die Bücher hinzuweisen, wenn Sie mehr wissen wollen. Die Ausstellung in Mainz ist ab dem 13. Mai geöffnet über Herbert Bayer und seine Arbeit in den 30er Jahren. Ich danke Ihnen herzlich. Eben fragte er mich, zufrieden? Ja, sehr. Vielen Dank.